Nein, Schuira ist heute hier mit ihren Schlangen und hat sie auch vorhin schon auf der Bühne gehabt und jetzt sucht sie ihre Körbe und ihr Zubehör, was sie hat liegen lassen. Währenddessen passt Hanan auf. Ja, die Große. Die Kleine hat Schuira, glaube ich, mitgenommen. Und die schnauft, als hätte sie getanzt. Genau, wie war es denn? Zweiter Auftritt? Ich bin nicht zufrieden. Was war nicht gut? Was meinst du? Ich glaube, ich konnte mich nicht gut in meine Musik fallen lassen. Von der Seite sah es aber gut aus. Danke schön. Das ist dann immer die subjektive Wahrnehmung. Ja, klar. Ich wollte mich gerne reinfallen lassen und die Reaktion des Publikums war auch nicht so, wie ich sie erhofft hatte. Ja, geht halt nicht immer. Es ist natürlich auch tagesformabhängig, ob man sich so reinfallen lassen kann auf der Bühne oder nicht. Als ich dieses Lied beim ersten Mal getanzt habe, habe ich ihn ja rein improvisiert, weil die Zeit so kurz war, dass ich nichts neu machen konnte. Und die Leute waren einverstanden, das Risiko einzugehen. Ich tanze ihn frei. Und die sind mir fast auf die Bühne gehüpft vor Begeisterung. Gut, ich war die einzige Tänzerin an dem Abend. Das kann auch ein Grund sein. Und jetzt waren sie sehr verhalten, freundlich, aber sehr verhalten. Ich weiß nicht. Mal sehen. Es ist aber jetzt auch schon ein bisschen später. Es läuft jetzt seit wie viel Uhr Programm? Weiß das jemand? Da haben wir übrigens Schuira. Schuira packt ihre Schlange weg. Seit 8 Uhr läuft Programm. Zwei Minuten vor 8 Uhr. Hat die angefangen? Hätten wir anfangen sollen, obwohl wir erst um 8 Uhr anfangen sollen. Ah, okay. Und obwohl es meistens später ist bei solchen Veranstaltungen. Wir haben uns so gehebt. Sagen. Untertitelung des ZDF, 2020